Leute, hört nicht auf die, die zu euch sagen, ihr könnt das nicht schaffen, ihr könnt niemals krasse Arme bekommen, ihr könnt niemals eine krasse Brust bekommen, ihr könnt nur mit einem breiten Rücken bekommen oder so. Also hört einfach nicht auf die Leute, ihr könnt das alles schaffen mit gewissen Plänen, ihr könnt nicht einfach ins Fitnessstudio gehen und einfach mal jeden Tag Bizeps trainieren oder einfach mal Brust jeden Tag trainieren. Leute, das ist alles falsch. Trainiert so, wie es euch gesagt wird oder wie es im Plan steht oder wie ich es euch zeige. Ich würde euch niemals negative Sachen zeigen in meinem Kanal oder so. Ich gebe euch zum Beispiel, ich gebe euch jedes Mal Pläne, ich gebe euch die Post-Informationen, ich gebe euch Tipps, was ihr falsch machen könnt. Ich will, dass ihr nichts falsch macht und alles richtig macht, damit ihr die gewissen Erfolge erreicht und nicht einfach so wie ein Lauch vier Jahre oder sechs Jahre trainiert und nichts erreicht. Ich wollte es euch nochmal kurz klar machen, weil viele verstehen das gar nicht, die dann denken, ah, das will in der Schule mit seinem Problem, das ist doch ganz schrubt, das ist doch der reizige Scheiß, das ist doch, das braucht man alles nicht. Leute, wenn ihr so denkt, dann könnt ihr sofort abschalten, könnt ihr sofort aus meinem Kanal rausgehen, die abonnieren, sofort weggehen, wirklich. Der Kanal ist dafür, um euch Tipps zu geben, um euch zu motivieren und Fitness anzufangen, ja, ich mache es für euch. Ich würde euch einen Gefallen tun und ich kaufe mir auch ganz viele Pläne, wenn ihr wollt. Natürlich, ich muss das Geld auch irgendwo herkriegen, ich habe jetzt hier zum Beispiel Tanktops produzieren lassen für mich, also für euch normalerweise. Ja, hier, ihr seht es nochmal, also hier wird es nochmal erkannt, also ich finde, das sieht geil aus, hier steht nochmal, seid motiviert, bleibt motiviert, damit ihr auch motiviert bleibt. Ja, das Ganze für einen fairen Preis, ich habe extra für euch einen fairen Preis ausgesucht, das kostet insgesamt 12,50, ja, ihr könnt das natürlich im Shop auch alles bestellen. Hier ist nochmal der Link zu meinem Shop, ja, natürlich kommen auch weitere Sachen irgendwann mal, dann müssen wir das einfach nur in die Kommentare schreiben. Und mit dem Geld, was wir dadurch verdienen, dadurch kaufe ich, äh, oder unser Team, uns erstens neue Pläne, damit wir es auf diesem Kanal raufstellen können, damit ihr dadurch profitiert. Also Leute, und ihr kriegt natürlich darauf, ich habe es euch versprochen, aber ich, ich haue nochmal vier Stück, also vier Riegel, haue ich euch mit den Tanktops mit dazu. Ja, ich mache es, ich mache es dafür, weil, Leute, wollen wir mal ehrlich sein, ich kenne, ich kenne diesen Kaless, ich kenne Tim Garmin, die verkaufen ihre Tanktops für 40 Euro oder für 35 oder für 35 Euro, das ist mir jetzt egal, wie für die, äh, dadurch Profit oder so machen. Die geben euch nichts kostenlos, du bist, äh, z.B. Findestriegel oder sei ich, oder irgendwas, ist jetzt scheißegal, ob irgendwas dabei ist, hauptsache ihr habt was. Und bei mir kriegt ihr vier Riegel kostenlos und zwar, ich habe euch schon mal in einem Video erklärt, was für eine Riegel, also es gibt Eiweißriegel, also es sind 28% Eiweiß und zwar einmal mit Cookies Geschmack, einmal mit weiß Schokolade, einmal mit schwarzen Schokolade und einmal ganz normale Schokolade. Ja, die schmecken auch geil, alle aus meinem Team, die es schon probiert haben, sagen, das schmeckt richtig Hammer. Ja, also Leute, greift zu, wenn ihr wollt, bis zum nächsten Video. Ja, also Leute, greift zu, wenn ihr wollt.